Cyberport präsentiert den WH-1000XM2 Over-Ear Kopfhörer von Sony. Noise-Canceling-Kopfhörer schalten die Welt kurz mal auf Pause und helfen Ihnen, sich zu konzentrieren oder zu entspannen. Mit dem WH-1000XM2 bietet Ihnen Sony ein besonders hochwertiges sowie intelligentes Modell. Der kabellose Kopfhörer kommt in einem schlichten, aber schicken Design daher. Die Steuerung erfolgt über das Touchfeld an der rechten Ohrmuschel. Halten Sie Ihre Hand über die rechte Muschel, werden Musik sowie Noise-Canceling pausiert, bis Sie die Hand wieder senken. Mittels zweimaligem Tippen nehmen Sie zudem Anrufe entgegen. Das Noise-Canceling wird vom intelligenten Kopfhörer an persönliche Eigenschaften des Trägers wie Kopfgröße, Brille und Haare angepasst. Die Luftdruckoptimierung sorgt zudem für besten Sound während Ihres Flugs. Über die Headphone-Connect-App für Android und iOS stellen Sie den Sound individuell für sich ein. Der Sony-Kopfhörer verfügt außerdem über einen 40 mm Treiber mit einer Membran aus Flüssig-Kristallpolymer. Damit können Frequenzen mit bis zu 40 kHz wiedergegeben werden. Weiterhin ist der Over-Ear mit dem Digitalverstärker S-Master HX ausgestattet, der Verzerrungen reduziert. Die Aufladung des Over-Ear-Kopfhörers erfolgt über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel. Die Betriebslaufzeit beträgt 30 Stunden. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein robustes Transportcase für den Kopfhörer. Soundprofi für daheim und unterwegs. Der Sony WH-1000XM2 Over-Ear-Kopfhörer. Geräusche